und damit willkommen zurück zu 20 50 irgendwie kein sound ich wollte gerade sagen es gibt gar keine musik mehr da aber dann wir wollten da runter ins tunnel system gucken wir uns doch mal oh gott nein nein das tunnel system ist oh gott ja irgendwo hier irgendwas finden warum ist der einsatz gewählt worden ich frag mal nicht nach irgendwo hier soll man was finden aber wo so repartoren hat natürlich auch mal mit runter damit der dem das problem ist das allerdings dass die was holt einheit zwei und die grüße sr irgendwann ja sinnlos wird weil halt eben ja raketen alle sind und kann nicht nachgeladen werden außer man findet munitionspakete und ich weiß nicht ob wir hier munitionspakete finden werden das ist eine gute frage na wo ist das paketchen ich denke dass das hier ganz simpel aufgebaut aber ich könnte auch einfach schieben und gucken wo hier wie das hier aufgebaut ist ganz ehrlich hier ganz der rum geistern irgendwas finden darauf habe ich ehrlich gesagt keine lust und ich glaube das ist auch wirklich sehr langweilig von daher wir werden es so oder so nicht so schnell finden weil wir erstmal ja trotzdem gucken müssen wo wir hin müssen allerdings würde man so sehen nee komm wir sehen so wo wir schon waren und dementsprechend können wir dann auch uns besser umgucken gott ja da muss ich ja irgendwas erzählt um diese das hier irgendwie zu rechtfertigen okay das ist hier abgeschlossen und dann geht es wahrscheinlich hier und da wieder ne okay dann haben wir den oberen teil erkundet und sieht es wahrscheinlich genauso aus und wird wahrscheinlich genauso nichts sein kann dann hier oder ist das hier genau unter uns weil hier sind wir hier oben links ist eine basis vom gegner nach oben rechts müsste ein sein und unten rechts also vier gegner haben wir hier also ich weiß es nicht ziele alle kraftwerk und an dem gebäude zerstören im tunnelsystem daten des operations kapitel ok auch wenn man berührung schön soll sie doch soll sie uns doch berühren verklag ist ja die sexuelle belästigung ich weiß nicht wie man einen roboter sexuell belästigen kann aber in der usa ist das höchstwahrscheinlich möglich ja was ist da nicht alles so wird gesungen gibt oh geld und auch brauchen wir auch brauchen wir dringend apropos apropos dringend ich wollte gerade sagen was wir können kein forschungssyndrom aber dort können wir 1 2 3 und dann b ja kommt macht ihr einfach hier die mitte wo die fliegt erhauen nennen 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 wird es um die abwärmden da gehen sie ganz in die mitte und die umloh kaputt was nicht und das bringt jeweils bis zu 200 m 1 und ihr seid mittlerweile auch zurückgelaufen oder um das gezogen es kann nicht da wollen geht der schneller als der Aber der... Kriegen die... Kriegen die auch einen Geschwindigkeitsboost mit Level? Das ist eine gute Frage. Sonst müssten die ja ungefähr gleich schnell sein, aber die sind ja ein Stückchen schneller. Ich wette, hier drin ist nichts. Ha, wette gewonnen. Gott. Ey, Karten, die sei noch. Checkpoint, gesetzt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Warte, lass mir raten, das ist ein Dreizack. Ja, mal gucken. Ah, halt, halt, hier ist auch nichts. Ah, dann müsste ich hier noch eins hören. Gucken wir mal. Ja, das ist ein Dreizack. Habe ich es gesagt? Ich habe es gesagt. So, das... Oh. Empfangübertragung. Skript ändern, stimmt. Die habe ich auch hergestellt. Äh, hier, Zugfahrtscannen. Erkundet mal, habt doch einen Spaß. So. Mache euch mal ein Steuern und 3. Seid jetzt schon ein 3? 1, 2, 3, gut. Und perfekt gleich mal hier an. Muss eh gleich repariert werden, also von daher. Ähm. Wie, jeder Ding ist jetzt hier drin. Ich würde schon sagen. Ah, okay, ja, hier ist... Eins, sage ich auch. Und ihr werdet gleich alle verletzt. Weil ich hier durchlaufe. Aber dafür habe ich Repertoireinheiten, die reparieren auch alles. Von daher. Es ist irgendwie schön, wenn die mit erkundet wird. So automatisch. Allerdings werden die, äh... Alter. Die Aufkehrer wirklich dafür besser. Okay. Und du... Ja. Ah. Naja. Sollen die mal. Sollen die mal Spaß haben. Na, was ist hier unten? Hallo? 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 Warte mal. Ist das... Hat die Karte irgendwas zu bedeuten? Irgendwoher kenne ich dieses Symbol. Warte mal. Oh, sag mal nicht, es sind irgendwelche teuflischen Symbolen. Hier geht's nach links, sondern da geht's... Nee, da geht's nicht nach rechts. Nee, ich würde schon sagen, sonst wäre das irgendwie wegen so'n Griff oder so. Ob das das hier geht jetzt einfach rum... Nee. Hä? Hier in diesen Dingern ist nichts. Ich hab die, ich hab glaube ich als Kind mal aufgegraben, aber... Hier, da ist nichts. Diesen kann man... Hoffentlich. Hoffentlich, die erinnert mich richtig. Wenn ich dann... Keine Ahnung. Kann mich auf jeden Fall an solche kann man erinnern. Äh... Es ist nicht nett. So, jetzt kann sie abrennen. Ach, schade. Nicht schnell genug. Äh... Hallo? Wir sollten da nicht ab... Abwer... Obwohl, ist mir scheißegal. Können sie von mir aus abwerfen. Sollen sie doch. Sollen sie doch. Hallo? Was geht ab? Was geht ab? Ihr feiert... Die ganze Nacht? Vielleicht? Oder so? Gott, aufhören, ob ich auch noch Spaß dran habe oder nicht? Ich hab keinen Spaß, die jetzt noch durchzufeiern. Wenn sie sich... Ich hab mir mein Lieb noch nie gehen feiern, also von daher... Ich hab keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich hab nur bei der Einheit. Achso. Ja. Erkunder. So. Jetzt ist noch die rechte Seite übrig. Ansonsten haben wir alles erkundet. Wow. Dafür haben... Habt ihr jetzt acht Minuten eures Lebens verschwendet? Und ich auch. Um jetzt bisher noch gar nichts gefunden zu haben, außer... Ähm... Ein hübscher Tunnel, muss man sagen. Aber trotzdem bedeutet das hier irgendwas? Nicht. Auf dem Weg. Keine Ahnung, ey. Ich hab auch keinen Bock, das da zu googeln dann. Bin zu faul dafür. Von jetzt gibt es zu viele Symbole. Jetzt hab ich da Bock, ab alle sämtliche Symbole der Welt zu durchsuchen. Ob das hier irgendwas so bedeuten hat. Dass ich irgendjemand daran ein Beispiel genommen hat. Oder ob das irgendein Hinweis ist. Da ist es und da, müsste er hin und dann... Keine Ahnung. Achso, Munitions... Was? Cool, cool. Äh, du? Dankeschön. Schön, dass es hier ein Munitionspaket gibt, aber... Ja, ja, ja. Unerwartet halt. Wehe, dass es da drin ist. Ich muss dann halt eben später irgendwann mal mit dem Baufahrzeug dann... erkunden und so. Also, falls ich es bis dann nicht gefunden habe. Da muss ich mal gucken. Ah, das ist das Problem, ob das da oder da ist. Ah, cool. Okay, erkundet ihr beide Seiten. Ah, und jetzt geht es hier nur hoch und dann... Ja. Ah. Einfach nur... Ah, ich weile bitte alle Licht aus. Dankeschön. Okay, okay, da will ich nicht lang. Da ist... Böse. Da ist Radioaktivität. Das ist, ähm... Wenn jemand sehr viel Radio hört. Ist das Radioaktivität. Ah, trip. Oh, doch nicht. Okay. Dann geht ihr mal weiter. Hallo. Sackgasse, okay. Noch ein Gang. Ah, wir haben es fast geschafft. Nur fast. Aua. Die tun weh, ey. Nein, das sind unsere Tage angekommen. Die sind irrelevant. Wenn sie nur AA sind. Die Quallenp hat... Also die... Ah. Ich erinnere mich, die... Die Dinger bekommt man eigentlich nur, wenn man die... Tastnergeschützer forscht hat. Wie... Was? Wie verloren, hä? Oh. 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 Äh. Komm mal her. Oh. Oh. Ah. Ich hab noch einen. Hallo. Hört auf. Hallo von der anderen Seite. Ganz sch... Ach Gott, ja. Ist klar. aktiviert hallo auf so du haus hier mal was feines zur verteidigung was ganz feines was soll ich denn wissen dass man da lang kann und dann wieder zurück so naja das kann ich aber weiter ganz meiner wir denken daran ich nicht ich wusste es ja nicht wie soll man etwas denken wenn man es nicht weiß oder in diesen Augenblick es nicht weiß das ist ja ein Unterschied deswegen immer so dieses denk mal drüber nach das ist so ich weiß es nicht ja dann denk mal drüber nach ich weiß es trotzdem immer noch nicht das ich weiß als ob ich dann ah ja das meinst du ja ne 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 denk mal drüber nach was du gesagt hast ja ich habe viel gesagt der tag war lang tut mir leid ne tut mir nicht leid munitionspakete ok sieht mir so aus als wäre das irgendwo hier unten irgendwo versteckt ne 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 hier drin vielleicht dieser komischen kammer hier drünn vielleicht nö sagt mir jetzt nicht ernsthaft dass hier oben hab ich euch geguckt das ist kann man das oder da drin anscheinend doch dann ich glaube hier ist keine radioaktivität dies aber ja dies hier obwohl speziell hier raus erst mal und dann könnt ihr nach oben laufen so du Mammut da hin und dann dahin und dann mal ein Tunnel graben ansonsten auch noch ja hier unten überall aber mal gucken was hier ob hier doch vielleicht irgendwas ist vielleicht ich würde mir jetzt natürlich in den Arsch beißen und jetzt genau so lang fährt dass er genau in den Tunnel rein fährt der bewacht ist ja die versuchen so ein bisschen was abzuholen so dann geht man weiter guck mal hier ob hier irgendwo ein Gegner sind noch oder so ja ein paar Gegner die halten echt nichts aus die qualen viel der war gut war gut vorgehalten ist ja nicht so als hätte ich das geld nicht dafür auch zu nerven und kaputt so so ihr könnt euch hier bewegen und dann könnt ihr alles zerstören die übertreibt das mit den tryons echt alter holi ja 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 also das ist echt übertrieben kein Unterschied was okay mehr leben gut 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 und ein bisschen langsamer sind die aber wenigstens ja sind die rentieren sie sich so best naja ne ich werde auf die besseren die dragons so werfen wechsel machen wir alle shit upgraden und ihr bitte mal plasma und mehr plasma und mehr plasma ach du hat schaden machte drum dann oh gott oh gott oh mein gott du bist zwar nur die die entbeerbar entbeerbarer aber oh mein gott wo laufen die jetzt hin hallo was macht der ich glaube ich brauche mehr von euch ein bisschen mehr so und ihr werdet ja die ganze zeit hergestellt apropos geht das jetzt mit den ne mit der anderen stufe die anderen äh das ist nicht erforscht kann sein dass das mit der zweiten stufe dann geht nur dann ich hoffe es machen wir was weiter ich habe mich jetzt nicht zu denen geguckt heieieieieiei so komm ein bisschen heran dankeschön Ich glaube, ich brauche auch mehr, genau. Von euch. So, 10 Stück nochmal. Sollte reichen. Sollte gut sein. Und ihr geradezu hierhin. Bitteschön. Nur wieder Starren 2. Sollte irgendwie gut sein. Kümmer dich mal um die da. Bitte. Nein, nicht schön. Ist uns echt nervig. Ja, ja. Kontinion stellen. Könnte so lange rein rasieren. Aber sie hat gleich nach rechts fliegt und dann stirbt. Mal gucken. Und das ist wahrscheinlich. Ah, der hat kein Strom mehr. Allerdings die, die kann immer noch schmerzen. Ja, von dem wir nie richtig treffen. Aber vielleicht, ja, schafft der. Oh gut, gut, gut. Genau so kommen, wie ich es wollte. Dass er das überlebt. Da habe ich die Ender, denke ich, ja. Stimmt, aus der, aus Death Canyon, ne? Aber ich würde mal sagen, den Rest der Mission, also die zwei Basen, die restlichen zwei, machen wir der nächsten Mission. Daher würde ich sagen, ja, und das, und unter Gott scheiß machen wir fertig. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.